Willkommen zurück zum Walkthrough. In diesem Video werden wir uns hier um dieses Gebiet kümmern. Alles so rundherum um den Baum kann man sagen. Wir werden hier auch einen Dungeon machen, haben hier so einen Zaubererturm wieder und ein paar andere interessante Orte. Ich befinde mich gerade bei der Glade Kirche von Bellum, wo wir auch schon mal waren. Ich werde jetzt einmal nochmal die Kriegsaschen überprüfen, die ich gerade trage. Ich gehe wieder auf den Braureifstampfer, schwer. Und im Schild habe ich kein Talent, auch auf schwer. Passt soweit auch. Mal kurz in die Ausrüstung schauen. Die Wölfe werde ich ersetzen durch die Soldaten von Godric. Und das Blutfett werde ich ersetzen durch das Feuerfett. Dann werden wir hier mit Roderika nochmal sprechen. Oh, hallo. Habt ihr ever gehört? Es sind spezielle Trauben, die nur auf dem... Ich würde wirklich lieben, um zu versuchen. Die distanten Licht sieht weit weg, aber ich kann nichts von diesen. Without one hiding. Die möchte von uns, ja, so spezielle Trauben haben. Die werden wir jetzt demnächst auch finden. Zuallererst werden wir jetzt einmal hier drum herum laufen, bis zu diesem Turm hier. Hier wird dann jetzt auch vom Spiel eine neue Mechanik vorgestellt, kann man sagen. Und zwar ein neuer Status-Effekt. Der heißt Wahnsinn. Führt dazu, wenn sich der Balken komplett gefüllt hat, dass wir sehr viel HP und Mana verlieren und gleichzeitig für ein paar Sekunden gestunt sind. Wir selber können das theoretisch auch nutzen, mit Anrufung oder mit einer Waffe, die wir später auch noch bekommen werden. Aber es funktioniert nicht bei Bossen, weshalb es für uns mehr oder weniger nutzlos ist. Aber im PvP kann man es nutzen. So, wir reiten jetzt zu diesem Turm, den man auch gleich sieht. Den Effekt so. Sieht ein bisschen aus wie ein Herr der Ringe da. Auge von Sauron, da oben. Ich werde gleich auch mal zeigen, was der Effekt macht. Immer nur kurz aktiv. So, jetzt geht's hoch. Sieht man das? Wenn wir in Sichtreichweite sind und das ist dann Wahnsinn. Wir sind gestunt. Und verlieren HP und Mana. Jetzt sind wir unter dem Turm, da können wir nicht getroffen werden. Und jetzt werde ich ganz schnell zum Turm rennen. Muss er wieder da runterstehen und gut ist. Ist es klappt? Ne, nicht ganz gut klappt. So, die Ratten haben das auch. Also die können das auch hochstacken. Dann müssen wir ja nichts vor dem Turm rennen. Ja, das haben wir wieder abbekommen. Wenn ich aufrasse, stelle ich hier auch. Gehen wir lieber den AE wieder. Wurden wir nochmal vom Turm getroffen. Ihr könnt das auch anders machen. Ich werde euch gleich eine andere Variante zeigen. Aber jetzt sind wir hier auf jeden Fall sicher. Egal. Hier sind wir sicher. Ich werde jetzt hochklettern. Ihr könnt auch nochmal kurz warten. Denn hier in der Nähe ist auch eine Gnade, die wir auch zuerst aktivieren könnten. Das könntet ihr machen. Wenn ihr euch dann dadurch sicherer fühlt. Weil wenn ihr hier sterbt, dann müsst ihr natürlich von der letzten Gnade, wo wir eben waren, dann wieder hier her reiten. Das ist eine Minute bis Minute. Diese Anrufung, die wir gerade gefunden haben, löst auch diesen Wahnsinn aus. Aber wie gesagt, für uns im PvE nicht zu gebrauchen. Und jetzt, wenn wir hier oben alle getötet haben, dann hört das auch auf. Gehen wir da runter. Jetzt alle Gegner, die diese gelben Augen haben, lösen das mit jeder Attacke aus. Wenn man getroffen wird, muss man vorsichtig sein. So, jetzt reite ich hier zu Gnade in der Nähe. Wie gesagt, ihr könnt auch zuerst zu Gnade. Hier. Zuerst zur Gnade laufen, diese aktivieren und dann erst zum Tower. Auch eine Variante. Wir aktivieren sie. Ich werde auch einmal kurz rasten, um meine Flaschen wieder aufzufüllen. Hier rum weg. Jetzt geht es zu diesem kleinen Dorf hier, wo wir auch lauter solcher Gegner haben. Hier kriegen wir ein paar Items, unter anderem ein Handbuch, damit wir wieder mehr craften können. Dann noch einen weiteren Talisman. Hier hinten werden wir erstmal eine Notiz finden. Für alle, die an der Story mehr interessiert sind, würde ich raten, das ruhig mal durchzulesen. Dann haben wir hier in diesem kleinen Häuschen finden wir das Handbuch. Und dort hinten bei den ganzen Soldaten gibt es dann den Talisman. Das ist alles, Mann. Das ist alles, Mann. So, hier bekommen wir Talisman. Ja, könnt ihr euch mal anschauen, ist nicht so wild. Wild bringt eigentlich uns gar nichts, außer dass Gegner in der Welt viel aggressiver auf uns reagieren. Und jetzt werden wir gleich wieder invaded. Also ein Eindringling kommt in unsere Welt und wird uns angreifen. Und der ist auch ziemlich stark und der verursacht auch diesen Wahnsinn. Von der müssen wir da sehr vorsichtig sein. Ich werde auch gleich die Flasche der wundersamen Arznei nutzen. Dann werden wir da auf diese Kirchenruine zulaufen. Werden wir gleich vom Reitier geschmissen. Ich werde dann auch nochmal so eine Garnele nehmen. So, jetzt werden wir vom Reitier geschmissen. Garnele rein. Mich auch nochmal ein bisschen Feuer fährt. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber mache ich einfach mal. Da ist er. Der ist auch sehr aggressiv, hat nicht viel HP. Also der kann auch schnell sterben. Aber er ist sehr gefährlich, wie man sieht. Sehr gut aufpassen. Jetzt habe ich nicht gut aufgepasst. Ausdauer war weg. Halter gebrochen. Wir wurden gequittet. Wenn wir nicht aufpassen, sterben wir auch gleich. Weil der Wahnsinn auch schon wieder der Balken recht hoch ist. Also bei dem Gegner kann man auch leicht mal sterben. Und hier haben wir die Traube jetzt gefunden für Hayetta und den Speer. Und genau dieser Speer hat eben diesen Wahnsinn auch drauf. Also kann ich einmal kurz zeigen. Wie gesagt, im PvP kann man es gut nutzen. Im PvE leider nicht, weil Bosse dagegen immun sind. Hier ist er. Sieht man unten bei den Passiv-Effekten löst. Wahnsinn aus. Plus 65. Hier werden wir erstmal links das Set mitnehmen. Dann die heilige Träne. Dann die Gnade aktivieren. Und die heilige Träne können wir ja auch gleich benutzen, um unsere Flaschen zu verstärken. So. Das geht weg. Hier werden wir jetzt einen Scarabales finden. Der eine super Anrufung für uns hat. Und dann kriegen wir hier noch einen Kleinschwer-Schlüssel. Und die Markierung kann ich entfernen. Ah, wo ist er? Die Anrufung ist ein guter, ja, ich sag mal, Fernkampf-Zauber. Für den Glauben. Und dann springen wir hier einfach drauf. Und hier noch einen Steinschwer-Schlüssel. So, jetzt porten wir uns wieder zur Gnade Dorf der Rasenden Flammen. Und gehen dann hier zu diesem Avatar-Boss, den wir schon zwei, drei Mal hatten. Wieder das gleiche Muster. Gleiche Angriffsmuster, etc. Für den wollen wir auch Feuerfett nutzen, weil der gegen Feuer anfällig ist. Müssen wir nur mal gucken, wo wir hier gut runterkommen. Der wird für uns auch wieder ein paar Tränen bereithalten für unsere Arznei. Dann geht's hier runter. Arm ist zu passen hier. So, da hinten steht er. Ich werde schon mal die Beschwörung holen. Die Soldaten. Arznei. Feuerfett. Und Garnele können wir eigentlich auch benutzen. Warum nicht? Dann die Frostpist am besten auslösen, damit er 20% mehr Schaden kriegt. Das ist immer so der Opener. Wir müssen aufpassen. Allerseitig weglaufen. Allerseitig weglaufen. Allerseitig weglaufen. Die Tränen sind sehr gut für Magier gedacht. Egal, ob sie auf Glauben gehen oder auf Weisheit. Kann ich einmal kurz zeigen mit dem Inventar. Wo ist es? Wo ist es? Hier sind sie. Verstärkt für, ich glaube, ein, anderthalb Minuten. Genau, weiß ich gerade nicht auswendig. Blitzangriffe, magische Angriffe, magische Angriffe oder heilige Angriffe. So, dann haben wir den auch erledigt. Dann porten wir uns wieder zurück zum Dorf der Rasenden Flammen und gehen dann Richtung Turm. Auch weg. Beim Turm gibt es mal wieder ein Rätsel. Diesmal gibt es nur eine Variante, die ich kenne. Wie man das lösen kann. Wir laufen jetzt hier wieder zu diesem Turm. Das ist ein bisschen spezieller. Das hätte ich wahrscheinlich auch niemals herausgefunden. Das habe ich auch nur durch Recherche herausgefunden. Man muss sich halt vor diese Statue stellen. Dann kann man hier vor dem Spiel, kriegt man auch eine Nachricht. Ein bisschen Hilfe. Fakt ist aber, man muss einen bestimmten Helm anziehen. Einen von diesen dreien, den wir aus der Akademie haben. Dann können wir einfach den aufsetzen. Und dann müssen wir noch eine bestimmte Geste vollführen. Das war die falsche. Mal wechseln. Und zwar heißt die Geste Gelehrsamkeit. Genau, das ist diese hier. Gelehrsamkeit heißt sie. Und die werde ich jetzt mal nutzen. Der Begriff Gelehrsamkeit war ja auch in der Nachricht. Das ist der eine Hinweis. Allerdings, dass man auch so einen Helm aussetzen muss. Zum Beispiel. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Ist das Siegel gebrochen. Und wir werden als Belohnung gegen unsere Magier jetzt wieder zwei neue Zauber. Den kann ich auch mal wieder wechseln. Einmal ganz hoch wieder. Wie in jedem Turm. Den kann man ignorieren, den Gegner. Einfach dran vorbeilaufen. Kann man auch besiegen. Ist nicht schwierig. Aufzug nutzen nach oben. Ist wieder nur so ein... Ja, so eine Kugel, die kaum Schaden macht. Wenn man richtig aufpasst. Und ja. Einmal hochlaufen. Und kriegen zwei Zauber. Jetzt laufen wir wieder runter. Und werden jetzt noch einen Dungeon besuchen. Der diesmal zwei Bosse beinhaltet. Einer ist für eine Quest sehr wichtig. Dann kriegen wir auch noch mal eine Todeswurzel. So. Einmal rauslaufen. Den Riesen kann man gut ignorieren. Dann werden wir gleich hier links runter springen. Wo geht es am besten? Hinten. Ich mache das wie immer ohne Reit hier. Wenn ich mehr Kontrolle habe beim Springen. Mal so. Hier runter. Und dann... Ich bin gerade ein bisschen unsicher, aber ich versuche es mal hier. Ja, sieht gut aus. Und dann hinter ihm. Man kann den auch bekämpfen. Wir singen, wenn man will. Oder wir gehen hier gleich in den Dungeon rein. Das ist jetzt genau an der Stelle hier. Dann das übliche Spiel. Gnade aktivieren. Dann ist das wie ein Dungeon mit vielen Skeletten. Das heißt, wir gehen auf eine heilige Waffe. Wir sehen auch, dass das Auge der Bestie zittert. Wird uns angezeigt. Das heißt, eine Todeswurzel ist in der Nähe. So, ich ändere die Kriegsasche auf heilig. Und... Ich glaube, mehr wollte ich nicht ändern. Genau, das reicht. Laterne aktivieren. Und los geht's. Hier sind die Skelette, wie gesagt. Die durch Heiligschaden schneller sterben. Hier ist der Bossraum. Wie immer halt. Müssen wir irgendwo einen Hebel finden. Hier gibt's auch wieder ein paar Gräber. Talirien. So, hier. Wir haben genug Steinscherschlüssel. Darum nutze ich den und zeige euch, was es gibt. Aber schaut euch erstmal an, was es gibt. Denn so geil ist das nicht. Einfach nur eine Waffe. Ich zeige euch die gleich mal. Ich will nicht blocken. Oh, wegen der Statusnachricht hat. Ich will nicht getötet. Dann, wie gesagt, nochmal zur Erinnerungsskelette. Wenn sie dann unten am Boden liegen, nochmal schlagen. Damit sie endgültig sterben. Hat ich doch gemacht. Oh. Wie ist der verbatgt? Ne? Steht da wieder auf? Jetzt ist... Vielleicht war hier dieser echt entscheidend wichtig, dass man den tötet. Bevor der Skelett endgültig sterben kann. Aber hatte ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ich zeige euch einmal die Axt, damit ihr schauen könnt, ob es sich das für euch lohnt, den Steinscherschlüssel zu benutzen. Wo ist die Axt hier? Ich zeige euch auch einmal den Text dazu. Könnt ihr ja pausieren, das Video, und euch einmal in Ruhe anschauen. So, dann geht's weiter. Genau. Geberteile hier mitnehmen. So, hier gibt's eine andere Art von Fallen. Muss man aufpassen, wenn wir hier von getroffen werden, sterben wir sofort. Dann gibt's mal wieder Skelette, die uns ärgern wollen. Ich werde zuerst die Skelette rausnehmen. Und wie man sieht, gibt's da oben auch einen kleinen Geheimdang gleich mal. Passen. Wenn das kleine Ding unten ist, einfach draufstellen hier. Hoch- und rüberspringen. Nehmen wir eine Grill-Batalie der Stufe 4. Damit können wir dann unsere Soldaten auch nochmal, oder eine andere Beschwörung upgraden. Also, hier gibt's eine Grill-Batalie der Stufe 4. Jetzt nochmal nach unten, da wollen wir aber im Moment noch nicht landen, also nicht runterspringen. Und hier gibt's nochmal einen Geheimdang. Und eben einen Boss. Und wir bekommen bei dem Boss auch Hilfe. Nicht durch unsere Beschwörung, die können wir hier nicht nutzen. Sondern durch die, die wir hier rufen können. Der wird uns helfen. Ich werde nochmal eine Garnäle nehmen. Mal ruhig ein bisschen Feuerfett, warum nicht? Arznei. Dann nehmen wir rein da. Durch die Bete Kastante. Dann nehmen wir rein. angriff wie man sieht ist diese beschwörung auch wirklich hilfreich hängt sehr viel weg wir können meistens von hinten und die zuschlagen so das war schon wir kriegen talisman und messeabdruck den werden wir bei roger abgeben wir werden jetzt aber uns nicht zum anfang des dungeons porten sondern wir gehen wieder zurück und wenn uns jetzt hier links runterfallen lassen als datier einsammeln dann hier den hebel ziehen der boss raum auf dann kommt hier irgendwo ein skelett dann laufen wir jetzt in richtung des zweiten bosses und jetzt noch mal eine große krabbe gleich so 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 ich nehme noch ein paar pflanzen mit die krabbe werde ich jetzt glaube ich ignorieren das ist auch noch eine pflanze denke ich werde in den nächsten folgen und an den nächsten folgen auch mal einen rohnenbogen wieder benutzen jetzt war die meisten für ein mögliches new game plus aufheben aber ein paar kann man wirklich nutzen kannst du noch mitnehmen dann hier die leiter hoch und dann sind wir auch gleich beim aus vom dungeon der nächste bus macht extrem viel schaden und hat dann noch eine zusätzlich sehr unangenehme fähigkeit die uns für mehrere sekunden dann kann hat jetzt das gute ist der bus geht auch sehr schnell down wenn wir in fokussen und vor allem nimmt er mehr schaden durch durch heilig schaden was auch noch mal sehr gut ist wir so ein schirm ich glaube den hatten wir schon mal wir laufen hier erstmal wieder durch an sich laufen wir wieder zum anfang des dungeons zum boss raum der hier links ist ich schaue jetzt noch mal meine flaschen unten links ich habe drei heilflaschen eine mana flasche wenn ihr nicht genug habt könnt ihr auch noch mal zurücklaufen zu lade rasten und dann hier den boss raum erst zum boss raum gehen ich nutze jetzt eine mana flasche mit die geschwörung nehmen kann ich habe ja auch keine arznei mehr ich nehme die ganäle ja und dann wie gesagt die soldaten beschwören aufpassen ihr seht das macht richtig viel schaden heilig schaden aber das ding und ich jetzt leider nicht richtig zeigen wollte auch eigentlich den soldaten treffen und nicht den schämen der bus kann extrem viel schaden in kurzer zeit machen unbedingt blocken mit dem schild oder irgendwie ausweichen wenn nicht die glade ist ja nicht weit weg versuchts einfach ein paar mal weil wie gesagt wenn ihr richtig gut in fokus dann geht ja auch schnell da und wir kriegen die todeswurzel nehmen wir noch mal wurzelherz mit und porten uns jetzt wieder zur hajeta und zwar gnade kirche von bellum wenn ihr jetzt die trauben übergeben so das war es erstmal mit harietta wir werden sie später im spiel noch mal wieder treffen jetzt porten wir uns zur tafel und feste wird dann meine beschwörung auf plus vier upgraden meine soldaten beschwörung bei roderika genau einmal vier gut ist gucken wir mal gleich ob wir rufen aufstieg machen können werden wir ein paar runen noch mal kloppen so jetzt reden wir mit roger wir haben hier ein quest item bekommen in dem dungeon wir reichen eben den schwarzen messerbruch das ist ein black knife print ich kann scarcely glaubt ihr managed zu gehen sie tragen unsere konversation über die night of the black knife sie sagen die assassins die gerade die deed waren scions der eternal city ein group entdecktert von Frauen arrayed in armor of silver under die knifte die wielded die wir die die w CD präz ich bitte lende mich das die So, Item überreicht und ja, sehr viele interessante Informationen bekommen, wie ich finde. Also ich kann nur empfehlen, sich das hier vernünftig anzuhören, was er zu sagen hat. Genau, jetzt werden wir einmal rasten. Hier an der Gnade. Zeit vertreiben, einfach bis zum Mittag. Dann reden wir nochmal mit Roger. Ergebnis ist wieder. Jetzt habe ich eine ziemlich gute Idee, wer das Rade auf der Bladen erzeugt hat. Die Person, die die Nacht der schwarzen Knöpfe. Luna Prinzessin Rani. Eine von den Kindern geboren zu King Consort Radigan und seine erste Worte, Ronala. Frau, demigod und siste zu General Radan und Preter Reichard. Sie war der Name, die ich in den Augenblick herauskennen habe. Truly, Sie haben meine Dank. Aber wenn ich so ehrlich bin, würde ich fragen, ob Rani truly ist derjenige, die diese Nacht schwarzen, dann sollte sie behörden die Worte des Kurses des Besten zu sterben, irgendwo auf ihrer Flasche. Wir fragen nach Rani's Aufenthaltsort. Hm, wir fragen weiter nach. Und weiter über die. Okay, das war's dann erstmal wieder in der Tafelrundfeste. Wir porten uns jetzt noch zum Refugium der Bestie. Die Glade hier oben rechts in Kaelid. Und geben die Todeswurzel ab. Vorher werden wir uns aber noch auf einen Kampf vorbereiten. Denn die Bestie, wo wir die Todeswurzel gleich abgeben, die wird gleich aggressiv werden und wird gegen uns kämpfen wollen. Äh, ich ändere die Kriegsasche zum Braureifstampfer. Das kann so bleiben. Wir können ja auch gleich eine Beschwörung nutzen. Können wir unten links schon mal auswählen. Und geben jetzt erstmal die Todeswurzel ab. Kriegen dafür wieder eine Anrufung. Und den Kriegsasche haben wir bekommen. Oh, feed me. Okay. So. Ihr müsst das nicht jetzt unbedingt machen. Ihr könnt das auch später machen. Aber wenn wir das nächste Mal zu dieser Bestie kommen, wird sie uns angreifen. Ich will's jetzt schon gleich erledigt haben. Das heißt, wir rasten hier einmal. Und danach wird er schon aggressiv sein. Müssen wir aufpassen. Der ist sehr aggressiv. Und sehr gefährlich. Der macht sehr viel Schaden. Also sehr viel Blocken. Ähm. Beschwörung sofort rufen. Kanäle zur Sicherheit auch nochmal rein. Äh. Ich nehme auch die Flasche der Wundersamets. Nehmen wir Mana trinken. Und. Los geht's. Sehr gefährlich. Kann man leicht sterben. Ups. Habe ich nicht gut geblockt. Am besten ziehen die Soldaten gleich erstmal Akku. Sehr hilfreich. Ich muss mal so ein Frostschopper machen. Wir müssen auch nur ein bisschen Schaden machen. Wir müssen ihn nicht besiegen. Also keine Sorge. Müssen wir ihn nicht besiegen. Kann man ihn nur wieder beruhigen, sozusagen. Ein bisschen Schaden. Wir haben ihn beruhigt. Können wir mit ihm reden. Geht's weg. Ich will nicht vergessen. So bitte. Er ist wieder. Geht's weg. Ich will nicht vergessen. Das war's. Ob er es jetzt macht. Oder das nächste Mal, wenn wir hierher kommen. Mit der nächsten Todeswurzel. Ist euch überlassen. Ich würde jetzt gerne nochmal rasten. Geht's weg. Ja. Gut. Gut. Ich will nicht vergessen. Jetzt ist er wieder auf seiner Position. Ist wieder freundlich. Und alles ist gut. Und ja. Das war's dann auch mit diesem Video. Und im nächsten Video machen wir da weiter. Wo uns Roger hingeleitet hat. Und zwar machen wir hier. Carrying Manor ist das. Hier werden wir einige Dinge tun. Und auch hier im rechten Bereich. Was wir allerdings nicht machen wollen. Ist auch nochmal eine Warnung. Diesen Bereich. Am besten hier nicht hingehen. Gerade zu den Türmen. Nicht mit Ranni sprechen. Jetzt noch nicht. Weil das würde Events auslösen. Die dazu führen. Dass wir in Kaylit dann was verpassen. Aber das ist der Plan für das nächste Video. Und dann würde ich sagen. Bis dann.